auch so will ich hier noch was machen so haben wir kein holz mehr haben kein holz mehr herzlichen glückwunsch okay dann versuche ich mal jetzt ganz heim dass ein creeper müssen echt aufpassen wir müssen mega aufpassen wir uns schon anvisiert hat dieser verbrecher von ein skelett machen wir das ebenso die haben uns entdeckt misst hoch so tut mir leid ja da kommst du nicht wo war er kommt sie nicht wo er sagt bitte nicht die können leidern steigen nein er versucht das darüber okay ja doof wenn man leider hochtrampeln kann okay denn fang ich fang ich fang ich fang ich einfach mal hier die plantage an die ich machen wollte für bäume die brauchen wie viel abstand jetzt ein zwei zwei brauchen die so viel weiß nur zwei abstand immer so jetzt haben wir natürlich kein holz mehr das heißt ich schmeiß dich raus mach da noch einen rein ich schmeiß dich raus mach ich da noch einen rein und ich schmeiß dich raus dann mach ich da noch einen hin so jetzt haben wir nur drei bäume ist nicht viel ja und damit werden wir erstmal ich sag mal gut bedient und die frage ist da mal bewegen sich die kühler hinten überhaupt hallo denn hat er eine bewegt die hat er jetzt auch bewegt aber irgendwie bleiben sie auf der stelle alle ne haben sie angst so wie ich die bewegen sich das habe ich ja schon gesehen aber die märkwörig und die scheinen sich auch zu bewegen okay so kann ich da ich ja hier ne okay zombies sind weg hallo machen wir mal hier so nein sind sie nicht stirb 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 so und damit haben wir auch schon das Erschiefband für die Monster und damit haben wir schon wieder fast alle Erschiefbands wie vom letzten Mal in dem Punkt sind wir sehr erfolgreich würde ich sagen komm hau dich weg der lässt sich nicht weghauen hallo wo ist denn jetzt hin da da bist du und stirb 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 der ist aber auch nicht doof ne in der Birne das ist nicht ganz so doof stirb stirb danke so hier gehen wir schnell die Leiter wieder rauf und gucken da ist ein Skelett das ist zu gefährlich um sich da jetzt Holz abzuholen ja wie lang dauert denn die Nacht noch ist fast um das ist gut ja das ist alles nicht so dolle da ist ein Zombie äh da ist ein Skelett da hinten da ist ein Skelett da irgendwo da ganz hinten ist noch ein Creeper zumindest hatte ich den vorhin gesehen würde wahrscheinlich auch immer noch da sein hmm da ist ein Creeper na toll und da ist ein Skelett versuche es gar nicht na toll der ist da unter da ist eine Spinne oh 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 jetzt ist da noch ein Creeper da ist ein neues Skelett da ist ein Creeper ich habe das Gefühl umso mehr die Spinne darf uns nicht erwischen das wäre fatal das wäre sehr fatal wenn das passieren würde hmm zumindest nicht so lang es Tag ist da sind sie ja friedlich im Normalfall ja das tut mir leid die erste Folge ein bisschen langweilig jetzt hier durch die Gegend äh waschen sage ich mal naja waschen ist es ja nicht so sobald die Skelett an ne ja doch die Skelett im Prinzip anfangen zu brennen denn ist alles gut haben wir nur das Problem dass wir da unter einen haben wann ist es denn endlich mal richtig Tag da ist doch die Sonne die müssen doch jetzt brennen brennt nieder so sehr gut haben wir jetzt hier nur noch Probleme mit ein, zwei Creepern im Prinzip obwohl die sind verschwunden ich sehe momentan keinen mehr heißt wir haben nur noch ein Skelett da unter uns ok so komm mal her kommt der jetzt echt nicht raus sind die so schlau geworden alter nein nein danke oh Gott Schockmoment Nummer 1 hätten wir damit ok ok so schockig war das jetzt nicht aber es hätte schief gehen können und da ist noch Spinne stirb Spinne war zwar vielleicht nicht ganz so schlau dich anzugreifen aber ist ja geschafft war ja jetzt nicht so gefährlich so ja dann brauchen wir jetzt noch mal eine ganze Menge Holz um unsere Holzplattform wieder auszubauen und außerdem brauchen wir das Holz ganz dringend um gleich erstmal Kohle herzustellen damit wir das Problem dann auch schon mal hätten äh erledigt hätten erstmal ich sag nur Fackeln und alles so dann kommen wir kurz oh wir haben Hunger Hunger essen for the win so 12 das können wir ja schon mal machen dann hole ich mir ganz schnell mal eben ein paar Steine nochmal ab und dann geht es gleich wieder zurück um weiter ja Eisen äh ne ja Eisen will ich auch noch farmen genau ich bin durcheinander Holz zu farmen so um uns eine schöne Holzplattform zu machen so einmal zack so das sollte reichen theoretisch so 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 damit sollte uns erstmal niemand mehr erwischen dann müssen wir irgendwie Kühe und so alles drauf kriegen damit wir da auch unsere Farm bauen können aber alles eins nach dem anderen so jetzt äh erstmal hier erstmal da ein bisschen hier da dies ich hab keine Ahnung was ich da rede aber ist ja auch nicht schlimm man wann hab ich schon mal den Plan was ich rede so jetzt geht's den Holz an den Kragen beziehungsweise den Bäumen erstmal ordentlich damit wir unsere Plattform vergrößern können und da unten das vielleicht schützen können das wäre nämlich auch gar nicht mal so schlecht sollten wir nämlich mal ganz unbedingt machen so 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 und ich muss zugeben ich hab immer noch nicht die Liste gemacht also die Itemliste nach welcher Reihenfolge wir das jetzt sortieren bin schon fast am überlegen ob ich das nach diesem äh Kreativmodus nach dem Inventar sortiere das Ganze in den Kisten dann nach der Reihenfolge aber ich glaub da sind gar nicht alle die ich brauch sozusagen naja auch in der Itemliste Dings die da ID-Liste sind nicht alle da die ich brauch sozusagen aber das ist mal näher ein bisschen muss man sich dazu denken ja da muss man gucken was man da macht und ich hab da hinten Pilze gesehen da ist ein Pilz die Biom guck mal da ja wie genial wie genial und Kürbisse 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 die holen wir uns gleich was macht ein Huhn da oben wir brauchen die Kürbisse wir brauchen die Kürbisse noch gar nicht was soll ich die jetzt mit Kürbissen schon anfangen kann ich noch gar nichts anfangen mit leider so noch ein bisschen mehr Holz noch ein bisschen mehr Holz immer dieses Holz gefahren in jedem Spiel naja gut so äh haben wir ja ungefähr sollte fürs erste ja und deswegen werfe ich vor Freude meine Achse weg naja herzlichen Glückwunsch so äh theoretisch müssten wir das dann dicht machen obwohl wir könnten eigentlich auch einen Zaun rumbauen das würde auch gehen müssten wir das nämlich gar nicht dicht machen so jetzt mach ich erstmal die Plattform größer dann können wir da auch bald ein Haus drauf bauen ok jetzt muss ich hochgehen ah super hat ja lang gereicht so ja das wird alles ein bisschen konduzierter aber hier oben sollten wir sicher sein hoffe ich zumindest und dann bauen wir auch unseren Tunnel hier runter so wie wir das davor schon einmal gemacht haben nein das wollte ich nicht geh mal weg so danke und weiter geht's so Da haben wir alle gerechnet. So, kann ich da rüberspringen? Ja, kann ich. Sehr gut. So, einmal runter. Da haben wir nichts mehr. Sharkol haben wir schon mal drin. Das kann ich schon mal. Dann mache ich es jetzt hier. Ist zwar ein bisschen unnötig, aber egal. Ach, wir haben ja doch noch. Loll. So, mache ich da schon mal. 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 So. Und noch ein bisschen da. So. Soll der erstmal gehen, rein theoretisch. Dann müssen wir natürlich noch viel mehr machen. So, dann gehen wir nochmal hoch. Wir haben ja noch genug Holz. Wieso rede ich da, dass wir nicht genug Holz haben? Merkwürdig, merkwürdig. Naja, gut. So bin ich halt. So, dann machen wir das mal eben dicht. Machen wir hier so eine kleine Baumplantage hin. So, so, so. So, so, so. So, so, so. Und zack. 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 Und hier nochmal. Also, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Vielen Dank.